heute möchte ich ein kurzes lernvideo machen über ansehen capitals multisig vault und das dazugehörige multisig wallet caravan von ansehen capital als quasi wiederbeschaffungs oder oder wie sagt man der notfallschlüssel ja herzlich willkommen zu meiner show der total connector show und total bitcoin podcast show und ich bin gleich zurück ok also der prozess wie man ein multisig also multisignatur oder multisig wallet erstellt ist mit ansehen capitals wort bzw im caravan multisig wallet relativ einfach eigentlich sehr einfach dann wollen wir uns das mal anschauen ich kann jetzt aus sicherheitsgründen natürlich jetzt nicht alles zeigen aber die instruktionen sind wirklich leicht zu replizieren und zu befolgen also gehen wir mal auf die seite von anständ binde strich capital.com schräg 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 waltz und da habe ich schon ein quasi ein konto oder ein wort ein digitalen tresor errichtet so schaut das aus in meiner freiheit das total bitcoin also es ist wirklich einfach in dem in dem du auf die seite anständ binde strich capital.com geht es schräg schräg waltz beziehungsweise in im konkreten fall ist es dann zu sagen wir das dazu zu deinem eigenen persönlichen anscheinend capital seite das heißt dann mei dort anscheinend binde strich capital.com schräg 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 waltz und dann machst du einfach das ganz normale prozedere du registrierst dich mit eben mit kc also new customer also die datenabfrage ist jetzt nicht so so sie sie sagen so weitgehend wie bei wie bei wie du es sonst bei einer normalen exchange machen würdest das heißt alles was du an daten zur fügung stellen müsste sind da also sein der namen denn deine e mail adresse und soweit ich mich erinnern kann gegebenenfalls auch deine telefonnummer ja aber sonst keine wohnadresse oder dergleichen und ja und du indem du einfach auf also indem du dann auf waltz gehst auf ein in dem fall könnte ich jetzt ein neues erstellen wobei du auszuwählen hast zwischen client controlled ja und multi institutionen multi institutionen kannst so als individuum als als person jetzt mal vergessen das ist wirklich für ich sage jetzt mal für institutionen firmen unternehmen das heißt du nimmst am besten ein klein kontrollt ja und gestern auf und 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 hast dann sozusagen zwei schlüssel mit mit denen du dich dann verifizieren kannst und da steht da steht es noch einmal wähle deine also standard signatoren wer sollte diese transaktionen signieren und du kannst es zu einem späteren zeitpunkt natürlich ändern in dem fall signiert du quasi selber ja also zwei schlüssel also zwei hardware wallets ja das können jetzt können wir noch darauf zu sprechen kommen aber im moment sind jetzt sage ich mal also ledger und und tresor und ja und noch einige andere möglichkeiten aber und dann hast du als backup quasi von ein schön anscheinend capital und da gibst du dann einfach deinen namen den namen des testen des tresors du kannst das bezeichnen wie du es wieder möchtest und damit du eben zwischen den jeweiligen digitalen tresoren die du erstellst auch differenzieren kannst ja also in dem fall ich lasse es mal da ich schon ein wort habe aber in dem fall heißt ist das volt nummer zwei oder was auch immer und da kannst du daneben kunst signieren pick a key ja und da kannst du dann auf die also schlüssel eins und schlüssel zwei gehen und bzw einen neuen schlüssel generieren und da kannst du auch den namen des schlüssels eingeintragen am besten ist ein guter name den du also der leicht zu merken ist ohne dass du jetzt allzu sehr über über dich selbst sitzt enthüllst ja und ja das war es dann schon also du gehst es auf key one ja gehst auf key one kosignieren und gehst noch mal auf key one ja also in dem fall ich habe das schon gemacht aber es ist wirklich selbst erklären die schritte sind wirklich leicht zu verfolgen die instruktionen sind wirklich leicht auch erklärt das user interface also die nutzer schnittstelle schnitt oder schnittfläche die interaktionsfläche ist wirklich sauber gemacht sehr übersichtlich ja also im konkreten fall ich habe jetzt da jetzt 00 bitcoin auch drinnen ich hatte einmal eine transaktion wie man sieht deposit und hier kannst du auch die transaktionen quasi auswählen also deposit also eine einlage machen withdraw abheben und transferieren ja und da kannst du auch ein verifikationsmenge oder grenz grenze zwischen 0 und 100 prozent und somit kannst du da determinieren fixieren wenn eine bestimmte menge überschreitet dann sozusagen wird es dich auffordern eine zusätzliche verifizierungen weil die validierung oder identifikations validierungen zu machen das heißt anscheinend capital volt wird dann sozusagen deine transaktion nicht kosignieren wenn diese grenzmenge überschritten ist ja und dann könnte ich ebenfalls eine identitätsfeststellung gemacht und es dient alles nur einfach nur deiner erhöhten sicherheit und ja einfach sicherheit geht vor und und du kannst nämlich auch während also auch im während des registrierungsprozess wenn also wenn du dann beginnst dich zu registrieren sogar ein identitätsvideo machen damit man dann später darauf zurückgreifen kann und dann um dann sozusagen wenn du dann später noch einmal aufgefordert ein identitätsvideo zu machen damit das wird das abgeglichen also es dient alles nur dazu um die um die sicherheit noch mehr zu gewährleisten noch mehr zu garantieren zu steigern also zum also das im beispiel das spiel eingeführt denn wort beinhalte zum beispiel zehn bitcoin ja und deinem deine grenzmenge ist sind 25 prozent das heißt jeder versuch da mehr als 2,5 bitcoin von den zehn bitcoin die du insgesamt hast zu abzuheben oder zu transferieren würde einen eine eine verifikation eine eine wirklich eine zusätzliche verifikation erfordern ja das war es eigentlich schon also du machst einfach nur die du gehst einfach die prozedur durch key one key also schlüssel eins und schlüssel zwei wobei das ist das kannst du nach belieben also kannst du dir selbst aussuchen welche schlüssel du kannst zum beispiel zwei tresor schlüssel haben oder ein ledger also ich bin jetzt kein fan von ledger aber das sei dahingestellt und es werden sicher auch mit der zeit dann auch mehr und mehr wallets zur auswahl zur verfügung gestellt damit du dann sozusagen zwischen mehreren hardware wallets als kurssignatur auswählen kannst ja die natürlich voll in deine kontrolle sind ja gut also da geht man auf home das ist auch da habe ich eben 0 da drauf das ist nur deine walls ja also in dem fall habe ich jetzt mal nur zu zwecks demonstration eine ein wallet gemacht total bitcoin heißt es in meinem fall und hier sind die keys noch einmal schlüssel eins und schlüssel zwei und du kannst eben den korrespondierenden privaten schlüssel deren natürlich niemals mit anscheinend capital geteilt wird denn deine bitcoin von diesen adressen dann auch ausgeben und und transferieren oder was auch immer ja ich kann jetzt wie gesagt aus operativen sicherheits operativen gründen da jetzt nicht weiter in details eingehen weil ich da jetzt mich da jetzt exponieren würde aber da kannst du dann auf view gehen ja dann hast du das genau anzuschauen ja was ich die die jeweiligen datensätze oder schlüssel parameter und so weiter bei schlüssel 1 und schlüssel 2 ja gut also ich gehe noch auf wort ja gehen noch mal auf auf die bezeichnung meines walds und das ist nur noch mal die gesamt gesamtüberblick so gut das ist es mal das wort so und natürlich in dem interview das ich gemacht habe mit viel geiger von einstieg der direkt der direktor direktor von marketing ist und product marketing ist da habe ich auch die frage gestellt so was wir sagen die ersten die die ersten fragen die natürlich ein klient stellen würde oder ein nutzer stellen würde ist naja was ist wenn diese website ja diese diese provider diese seite einfach dann nicht mehr geben würde ja also keine panik ja absolut keine keine sorge deshalb gibt es so was wie ein binde strich capital dort github.io schräg 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 wallet ja ganz jetzt verkürzt jetzt mal gesagt und da kannst du eben deinen eigenen wolle das jetzt vielleicht nicht so sexy ausschaut wie bei uns in capital dein eigenes wolle das stellen da kannst du hierher gehen und sagen okay ich nehme zum beispiel zum beispiel zum beispiel zwei von drei oder oder eins von zwei schlüssel zum beispiel ja das heißt es würde ein schlüssel benötigt werden um um sozusagen dein markt multisignatur wallet zu öffnen also um jetzt nochmals zurückzukommen auf die auf die prinzipielle nutzung dieser anscheinend bindestrich capital dort github.io schräg 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 raute schräg schräg wallet ist damit falls also das ist auch wirklich nur im falle eines falles und und der vorteil liegt darin dass du also bei mir geht es noch nicht aufgrund irgendwelcher verbindungsprobleme und so weiter aber du kannst sozusagen dieses multisignatur wallet indem du vom public von bitcoin client vom public auf private gehst kannst du da diese multisignatur wallet mit einem eigenen full note verbinden was natürlich absolut praktisch ist und vor allem der privatsphäre dient die instruktionen ich sehen unterschiedlich da ich ein my note full note habe ja im moment geht es nicht ich glaube die arbeit im hintergrund jetzt noch um das ganze zu bewerkstelligen zu reparieren aber ich bekomme immer eine netzwerk error meldung das heißt ich muss mich da noch ein bisschen gedulden aber um noch mal auf die instruktion zurückzukommen auf der bedingungsanleitung also hier kannst du die wallets also je nachdem zwei von drei oder eins von zwei oder was auch immer hat also ich glaube du kannst bis zu 15 schlüssel kannst du da auswählen ja da können wir zum spiel ja also in dem fall ja geht es das spiel vielleicht nicht so nicht gibt es vielleicht nicht so viel auswahl aber ich weiß dass bei anscheinend capital wort da kannst du mehrere schlüssel so viel ich informiert bin sozusagen auswählen ja so das heißt wir gehen jetzt wieder zurück von zwei auf drei oder eins von zwei und es ist auch wirklich ganz einfach ja du gehst auf extended public key one gehst auf die selektion ja methode auswählen tresor im konkreten fall geht es hier kannst du hier nur tresor ledger hermit und das das sozusagen tief erweiterten öffentlichen schlüssel oder als text auch eingegeben eingeben ich denke das ist jetzt mehr auch für die techies und so weiter also die die wir wirklich mehr erfahren sind oder mehr technisch passiert oder erfahren sind aber ich würde wie gesagt bis also bis dato kannst du tresor oder ledger auswählen hermit weil ich weiß ich ehrlich sage jetzt nicht muss jetzt auch ingen privaten hat und wolle sein und ja und da gibst du einfach dann gibst du gibst du das modell ein one oder modell one modell oder modell t und du musst natürlich sicher gehen dass wenn du das dann machst dass du das dein hardware wallet auch angeschlossen ist natürlich mittels usb ja ich nehme an es wird in weiterer folge dann auch auch eben er gibt also luftdichte hardware wallets geben mit ihnen dann einfach nur über qr codes das ganze verbinden kannst ja aber bis jetzt wie gesagt gibt es nur trezor und ledger somit schließt du den trezor an und zwar nummer eins ja also den ersten trezor trezor handwallet sei es ist modell eins oder modell t und ja dann gibst du eben ganz normal eben wie du es auch sonst ist dein passwort denn 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 pin code und so weiter öffnet quasi dein trezor und dann wirst du eben auf eine auf die auf die seite geführt ja weiter und du bestätigst einfach nur ja jeden schritt brauchst du einfach nur mehr bestätigen auch beim zweiten schlüssel funktioniert es genauso trezor oder ledger also du nimmst uns einen zweiten das zweite hardware wallet ob jetzt trezor oder ledger in dem fall nehmen wir jetzt wieder trezor ist es modell eins oder modell t und wieder musste wieder den zweiten schlüssel also in zweiter halber wallet anschließen öffnen mit dem pin code passwort oder was auch immer und die weiteren schritte einfach befolgen so und sobald du das ganze hast ja ja hast du quasi deinen eigenen multisignatur wallet und das dient dieser multisignatur wallet über anscheinend bindestrich capital dort github.io schrägstich caravan schrägstich raute schrägstich wallet ja das dient eben dazu dass du deine bitcoin jederzeit ja mit deiner importierten wallet konfiguration dann auch holen kannst ja beziehungsweise retten kannst ja das heißt du bist nicht angewiesen auf dein mai dort anscheinend bindestrich capital.com wollt ja das heißt falls da irgendwas sein sollte ja du kommst da nicht rein kannst du jederzeit da hineingehen und weil eben dass die die gleichen die gleichen schlüssel sind ja die du schon bei wort hattest kannst du eben da mit mit deinen hardware wallets also im konkreten fall geht es jetzt mit einem eins von zwei oder zwei von drei je nachdem was du dir was deine präferenz ist aussuchen ja die adresstypen also ich würde das wie gesagt entweder bei 2p2sh lassen belassen oder bei oder bei p2sh für beste kompatibilität und so weiter ja also das heißt falls du jetzt von eine wallet auf eine andere wallet jetzt und 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 zwecks kompatibilität damit doch eben keine probleme hast deine bitcoin auch zu transferieren und zu senden gehst du am besten auf p2wsh ja wie gesagt du bist am anfang gesagt du kannst dann bitcoin client auch an den eigenen full note an verbinden in meinem konkreten fall geht es noch nicht aber die arbeiten daran das team von my note beziehungsweise vielleicht auch von anscheinend capital aber das liegt wahrscheinlich eher irgendwie mit hängt irgendwie mit dem mit dem my note zusammen aber es hat jetzt hatte schon mal funktioniert und dann nicht mehr irgendwie jetzt jetzt weiß ich nicht warum aber wir werden in weiterer folge werde ich werde ich euch updaten das heißt gewöhnlich gibt es da daran beim url https doppelpunkt doppelstrich und dann eben der lokale ip-adresse dann ist full notes doppelpunkt in meinem fall wäre es dann mit dem port 8334 dann username wäre meine freie my note und passwort wäre das das rpc passwort und zwar über den my note also manager im dashboard von my note also falls du mein not haben solltest gehst du mein not der sport im bitcoin dann gehst du auf rpc gehst auf show also zeige an und dann tust du einfach kopie und pesten und das ganze dann hier einfügen und dann müsstest du ja müsste dann müssen die verbindung funktionieren im moment funktioniert es eben nicht so das heißt was du auf jeden fall dann machst ist im konkreten fall gehe ich mal ein so so aus wie gesagt was sicherheitsgründen kann ich es auch nicht im detail ist ja alles sein aber du sobald du dein wolle dann hast ja ist da irgendwo ein button wo das steht download wallet configuration ja also dein wallet konfiguration downloaden das will ich gleich am anfang macht du kannst es jederzeit machen ja also da ist nichts verloren aber einfach nur zur sicherheit dann hast du dann weißt du gleich wie das ausschaut ja es ist ein json file es ist wie so eine art text datei ja und speichert das am besten auf den hard drive oder vielleicht externen drive oder vielleicht also verschlüsselt vielleicht oft auf einem google oder oder dropbox aber am besten wie gesagt verschlüsselt also es gibt verschlüsselt verschlüsselungsmethoden wo du das auf google drive oder dropbox oder wo auch immer ja oder was ich bin worden oder irgendeine dieser schlüssel verwahrungssysteme kannst du eben diese json file desto dann von hier download ist als datei einfach downloaden und irgendwo auch archivieren so ja das war's dann schon und wenn du dann sozusagen diese seite dann aufmachst über anschauen binderstück capital dort github.io schräg 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 raute schräg 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 wallet dann gehst du einfach import wallet configuration ja upload ist einfach die datei und das ganze ist dann wirklich wie automatisiert geht dann das wallet dann auf und und du kannst dann jederzeit deine bitcoin von hier aus dann senden transferieren oder was auch immer ja und sogar auch die gebühren selber festlegen und so weiter die transaktionsgebühren und so weiter aus eigener erfahrung weiß ich etwas was du auf jeden fall nicht machen solltest ist zum beispiel wenn dir jetzt auf anschauen capital also auf den mai anschauen capital dot com volt gehst und du siehst jetzt okay da geht eine transaktion jetzt nicht gleich durch ja mache jetzt nicht den fehler so wie ich es einst getan hatte dass du jetzt auf den auf den quasi auf der recovery seite jetzt gehst ja auf deinen quasi notfallseite und da jetzt noch einmal die gleiche transaktion ist durch das war dann würde das also meines von meiner erfahrung würde das den prozess das noch mehr verlängern das heißt du musst auf jeden fall warten bis also und es wäre immer gut wenn du die transaktionsgebühren vor allem wenn du es eilig hast oder wenn du jetzt jetzt nicht stundenlang oder ein zwei tage lang warten möchtest schau dass du eine durchschnittliche transaktionsgebühren nimmst die auch empfohlen wir das können ich weiß nicht was es jetzt zurzeit sind das können jetzt weiß ich nicht 50 oder 60 70 satoshis pro wie bald sein ja aber wenn du jetzt keine eile hast und wenn du geduldig bist dann kannst du es auch reduzieren auf 2 3 4 15 satoshis pro wie bald ja das heißt mache jetzt nicht empfehlen indem du hier eine transaktion initiiert ja dann geht hier nichts weiter du siehst irgendwie es geht so langsam und so weiter und dann gehst du eben so wie ich es eins getan hat ja dann gehe ich hier hier ja importieren meine wallet konfiguration ja da geht auf und dann mache ich im prinzip die gleiche habe ich die gleiche transaktion noch einmal noch einmal wiederholt ja und und deshalb konnte ich dann auch nicht mehr die haben mir dann sofort geholfen viel geiger sind super im service und im kunden service und so weiter in der kommunikation die haben sofort gesagt die kümmern sich darum ja und haben mir auch den tipp gegeben ja das war auch der grund warum das hier nicht durchgegangen ist weil ich eben gleichzeitig natürlich auch ich habe ich wollte einfach nur testen ich wollte wahrscheinlich nur lernen testen und selber erfahren wie das wie das ganze hier funktioniert ja aber diese seite er also auf anscheinend binde-kapital.github.io-caravan-raute-wallet das ist quasi denn deine recovery dann die multisignatur-wallet falls du jemals keinen zugang haben solltest ja zumal dort anschauen binde-kapital.com schrägstich wollt ja mit der spezifischen bezeichnung je nachdem was da jemals hast du jemals browser probleme oder oder was auch immer oder die seite kann ich es nicht zu mehr zugänglich und so weiter dann gehst du auf diese seite auf den recovery seite auf den caravan seite und kannst dort eben ganz normal deine also sobald du das hier erstellt hast ja mit mit schlüssel eins schlüssel zwei ja im konkreten fall trezor oder ledger sage ich jetzt mal vereinfacht modell 1 modell t bei trezor und 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 sobald du das erstellt hast downloader gleich deine deine wallet ja denn jetzt quasi eine digitale brieftasche wie man auf deutsch im deutschen sagt also wallet konfiguration und speichert das wirklich sicher ganz ganz sicher irgendwo ab am besten zweifach oder dreifach vielleicht einmal von hard drive external drive und einmal auf eine vielleicht verschlüsselt auf dein was auch immer ja irgendwann ein schlüssel aufbewahrungssystem das kann auch google drive sein dropbox aber verschlüsselt ja und wie gesagt und du kannst hier auch mehrere wallets sowie auch bei anschein capital volt oder bei caravan mehr wallets erstellen entweder zwei von drei oder eins von oder eins von zwei oder zwei von drei und so weiter und zwecks kompatibel zwecks beste kompatibilität damit du wirklich von hier aus an jede adresse auch schicken kannst p2 wie sh ist die größte kompatibilität die die man hier die dir bieten kann ja und natürlich nicht zu vergessen die möglichkeit den bitcoin client also dein caravan wallet direkt an den full not anzuschließen oder zu verbinden ja in meinem fall jetzt geht es noch nicht aber sobald es repariert ist oder die bugs oder was auch immer für probleme dem hintergrund laufen behoben sind werde ich euch wieder updaten gut das war es dann schon also sicherheit privatsphäre geht wirklich vor die wirklich doppelte dreifache aufbewahrung also schau wirklich dass du deine pins deine seed phrase der monomischen phrasen deine passphrase wirklich super tausendprozentig gut aufbewahrst aber da kann wirklich nichts schief gehen denn du hast immer deine schlüssel ja also sagen wir mal wenn du jetzt eins von zwei schlüssel hättest ja ob das jetzt bei anschein capital volt ist ja weil einen schlüssel quasi falls quasi falls du einen schlüssel verlieren solltest ja dann kannst du dich jede zeit anscheinend capital wenden aber es dient auch dazu denke ich mir wenn du so spielen auch ein vertrauens menschen also du könntest im prinzip eine wallet ja vor allem wenn du wenn du inhaber eine institution bist ja oder ein geschäfts geschäft hast dann ein unternehmen als eine firma und so weiter kann man diese schlüssel diese sicherheit quasi distributieren ja man kann das verteilen man sagen okay der eine der eine mit ihm mit mit besitzer ja kann einen schlüssel haben ich einen schlüssel der anderen anderen schlüssel und so kann man sich auch wie gesagt da auch behelfen indem man diese diese sicherheitsrisiken auch verteilt ja und ja und für sag ich mal für erbschaften oder das weitervermachen ja von bitcoin falls die eben etwas zustoßen sollte wäre nicht dass wir auf jeden fall sehr ratsam da schon voraus zu denken wie du und voraus zu planen strategisch wie du ja wie möchtest du quasi diese schlüssel aufbewahrt wissen aufbewahrt haben was passiert wenn dir was soll geschehen wenn dir etwas zustoßen sollte wer soll die wer soll zugang zu diesem schlüssel haben mehr familienmitglieder ja oder es kann auch ein schließfach zum beispiel ein schlüssel sein oder eine person deines vertrauens das kann auch vielleicht weiß nicht der notar sein der anwalt sein oder irgendeine andere person des vertrauens kann ein schlüssel haben und die anderen die restlichen schlüssel also wie gesagt das ist ein eigenes thema die erbschaftsgeschichten und so weiter das bedarf eines eigenen eine eigene session vielleicht ein eigenes interviews mit einem spezialisten vielleicht sogar noch einmal mit viel geiger ja da könnte ich mir vorstellen dass wir da dass ich da noch ein vertiefendes interview mach oder episode podcast episode gut das war's dann schon bedanke mich für deine aufmerksamkeit ich hoffe es hat dir irgendwas geholfen also es ist auf jeden fall eine wirklich eine sehr praktische möglichkeit eine sehr nutzerfreundliche möglichkeit mit anscheinend capital volt bzw dem recovery wallet über caravan deine bitcoin sicher aufzubewahren und transaktionen zu machen und die schlüssel quasi zu verteilen diese sicherheit quasi zu distributieren ja indem du zum beispiel ja mit zwei schlüssel arbeitest oder mit eins von zwei oder zwei von drei oder drei von fünf oder wie auch immer und wenn du in institution bist natürlich dann haben wir überhaupt ein eigenes package dass die anbieten was auf jeden fall ja du not trust verify not your keys not your coins sind nicht deine schlüssel sind nicht deine bitcoin und vor allem vertraue nicht sondern verifiziere validiere und darum geht es das ist das grundprinzip bei der ganzen geschichte ist dass du niemanden keine drittpartei keinen intermediären keine bank keine institution irgendwie vertrauen muss sondern der die kontrolle über deine bitcoin hast du selbst ja du bist eine eigene zentralbank du bist eine eigene selbst souveräne bitcoin hordler und bist ein eigenes selbst souveräner eigenverantwortlicher bitcoin nutzer bitcoin hordler so falls es dir das gefallen hat bitte gib mir ein like ein retweet share ein abonnieren kanal auf youtube auf podcast auf den diversen podcast plattformen auf anchor.fm schriftlich kevan avani hinterlassen wird eine positives ein positives feedback geben auch meine e-mail meine e-mail-adresse ist hello at the total connector.com falls du fragen haben solltest oder wünsche haben sollte es für weitere interviews episoden oder ein feedback und du kannst mich finden auf telegram facebook linkedin twitter kevan davani ist mein twitter handle und ja freue mich schon auf die nächste episode und bis bald kevan davani der total connector sagt tschüss